Wir haben 300 Abonnenten geschafft und dafür gibt es in diesem Video auch eine Verlosung. Meine allererste Verlosung, by the way. Ihr müsst natürlich Abonnent von meinem Kanal sein, dem Video einen Daumen nach oben geben. Für die Verlosung habe ich in diesem Video Emojis versteckt, die ihr zählen müsst. Und die Anzahl an Emojis, die ihr gezählt habt, schreibt ihr dann in die Kommentare. Und unter allen richtigen Kommentaren werde ich dann auslosen, wer von euch gewonnen hat. Alle weiteren Teilnahmebedingungen stehen dann natürlich auch nochmal in der Infobox. Da könnt ihr das dann nochmal genau nachlesen. Und ich wünsche allen Teilnehmern viel Glück und wenn ihr nicht gewinnen solltet, es ist kein Weltuntergang, Leute. Ich bitte euch einfach fair zu sein und keine Hasskommentare zu schreiben. Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Baba, ich habe den Glossybox Adventskalender bekommen. Wir werden heute ein Unboxing machen, aber bevor wir das machen, ein Wort zu Glossybox. Ich habe den Kalender vorbestellt, also vor dem 1. Oktober schon bestellt. Ich habe gefragt, wie das denn funktioniert mit dem Abo, weil ich hatte extra ein Abo abgeschlossen. Konnte den Kalender aber nicht für 100 Euro vorbestellen, weil letztes Jahr war der innerhalb von 2 Stunden oder sowas ausverkauft. Und das wollte ich halt verhindern, dass ich den dieses Jahr wieder nicht bekomme. Nun ja, habe ich halt gefragt, wie das denn funktioniert mit dem Vorbestellen. Ich glaube, irgendwo auf der Seite stand, innerhalb von 24 Stunden meldet sich der Kundenservice bei einem. Es hat 4 Tage gedauert, bis ich eine Antwort bekommen habe mit einem Verweis zu einem Link, der mich zu einem Blog geführt hat von Glossybox, wo überhaupt gar kein Hinweis stand. Es hat sich für mich so angehört, als hätten die noch nicht mal meine Frage wirklich durchgelesen, so eine einfache, die wir bis zum Adventskalender wissen. Schicken wir die mal zu unserem Blogpost. Yay! Wo überhaupt gar keine weitere Information zu meiner Frage stand. Vor ein paar Tagen hat Kisu auch ein Unboxing zu dem Adventskalender gemacht. Und dafür hatte sie auch einen Code, der 7 Tage gültig ist, dass man den Adventskalender für 100 Euro bekommt. Ich so, yay! Jetzt habe ich ihn für 140 vorbestellt. Also habe ich, Schlaufuchs, einfach mal meine alte Bestellung storniert, weil der Kalender noch nicht da war und mir einen neuen bestellt für 100 Euro. Bei dem für 100 Euro stand voraussichtliche Lieferung 22.11. und bei dem vorherigen stand voraussichtliche Lieferung 15.11. Andere haben den Kalender schon viel vorher bekommen. Ich weiß nicht, nach welchen Regeln die die Kalender verschicken. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch mit einer anderen Person darüber geredet, die hat den Kalender später bestellt, hat sich und eher bekommen. Das ist auch für so ein Fakt. Aber nun ja, ich habe ja meine alte Bestellung storniert, weil sie noch nicht zu mir geschickt wurde. Und nachdem ich die Bestellung storniert habe, das war an einem Sonntag, am Montag kriege ich gleich zwei E-Mails, dass beide Kalender verschickt sind. Ich so, what? Ich habe den einen storniert und den anderen gestern erst bestellt und da stand voraussichtliche Lieferzeit da 22.11. Ich so, hä? Wir haben jetzt noch Oktober, wo ich dieses Video hier gerade drehe. Ähm, vollkommen konfus, vollkommen verwehrt. Also diese Zeiten, die da stehen, die kann man absolut nicht für voll nehmen. Jetzt habe ich zwei Kalender bekommen, wo ich den anderen teuren aber wieder zurückschicken werde, weil ich mir das nicht leisten kann, zwei Kalender zu kaufen. Ich bin mal gespannt, wie lange der Kundenservice braucht, um sich da zu melden. Also heute, wo ich das Video drehe, ist dieser Kalender auch bei mir angekommen und ich habe mich heute schon zweimal beim Kundenservice gemeldet, dass die den doch bitte stornieren und mir die Daten geben, wie ich den wieder zurückschicken kann. Und ich hoffe mal, die brauchen nicht wieder vier Tage. Weil es geht von meiner Zeit ab, die ich Zeit habe, denen das zurückzuschicken. Also nach meiner Meinung ist der Glossybox Kundenservice überhaupt nicht gut. Und es kommt mir auch sehr unseriös vor, weil die Lieferzeiten von beiden Kalendern haben viel länger gedauert. Und dann schicken wir mal einfach beide los, wo ich den einen storniert haben wollte. Da hat sich bestimmt einer gedacht, oh Mist, die will den jetzt stornieren. Schnell, schicken wir beide los, vielleicht behält sie ja beide. So kommt mir das gerade vor. Von wegen, oh ja, hoffentlich behält die beide, dann müssen wir da kein Geld zurückzahlen. Ich weiß nicht, wie es ist und ob es so ist und keine Ahnung. Ich erfahre nicht, was diese Person, die meine Mann-Nachrichten da bearbeitet, denkt. Ich freue mich trotzdem, dass der Kalender bei mir ist. Ja, ich finde ihn mega schön. Das rosé-goldene, das rosa Packaging. Ich weiß auch schon, wofür ich den Kalender weiterhin verwenden werde. Wenn er denn dahin passt, wo ich ihn hinstellen möchte, das weiß ich noch nicht. Das muss ich später ausprobieren. Und los geht's mit dem Unboxing. Let's go! Das erste Päckchen. Ein Blush von Pixi by Petra. In der Farbe Beach Rose. Ich glaube, dieses Blush hat jeder Adventskalender da drin, weil ich weiß, dass nicht alle Adventskalender gleich sind. Was ich auch sehr schade finde, aber was ich gesehen habe bei einer englischen YouTuberin. Sie heißt Altaria. Sie hat diesen Adventskalender auch aufgemacht. Sie macht jedes Jahr tausende Adventskalender gefühlt auf. Die hatte in dem ersten Päckchen, glaube ich, ein Liquid Lipstick von Nars. Hallo? Warum ist das nicht auch in diesem Adventskalender drin? Und die hatte auch noch eine Yankee Candle in einem kleinen Glas im Adventskalender. Warum ist das nicht auch im deutschen Adventskalender drin? Also, ich hätte diesen englischen Adventskalender von Glossybox auf jeden Fall vorgezogen vor dem deutschen Adventskalender. Aber ich glaube, diesen Blush gab es auch im englischen Adventskalender. Den könnte man auch fast als Bronzer nehmen oder als Konturton. Ich weiß nicht, wie warm er sein wird auf meiner Haut. Aber er ist schon ziemlich braun. Kin Nummer 2. Ist sehr groß, aber auch sehr leicht. Ich glaube, diese Marke heißt 3 Ina oder Mina. Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Lip Primer. Also etwas, das man vor seinem Lippenstift aufträgt. Und das Ganze kommt in einer Tube. Ich kenne diese Marke jetzt persönlich nicht. Hatte auch noch nichts von der. Und was ich auch gelesen habe auf der Glossybox-Seite. Also der Kalender hat dieses Jahr keine sehr guten Bewertungen, weil viele unbekannte Marken drin sind. Nummer 3 ist ein Riesen-Paket. Und hier ist drin Maschera Reparatrice Concentrata... Ja, Concentrated Restoring Mask. Lesen wir es auf Englisch. Die Firma ist, glaube ich, Elgin. Das ist eine Haarmaske, weil hier oben steht auch noch Haircare drauf. Ich meine, Haarmasken kann man immer gut gebrauchen. Päckchen Nummer 4. Das ist von Love. Ein Lippenstift. Sylvia's Coral. Also auf jeden Fall ein Rotton. Ich hasse es, wenn die Dinger so umschweißt sind. Dieses Zeug kriegt man überhaupt nicht ab. Diese perforierten Dinger da funktionieren sowieso nie, wie es sollten. Oh. Es ist ein sehr blasses Rot. Ich glaube, den könnte ich auch noch tragen. Also es sieht mehr so aus wie so ein Rot-Rosenholz-Gemisch. Also nicht ganz Rosenholz, sondern mehr in die Rot-Richtung. Nummer 5. Ein Highlighter-Pinsel von der Firma Luxi. Ich weiß, Luxi ist eine teure Firma. Aber das weiß ich auch nur durch die Unboxings, die ich vorher gesehen habe. Vorher hat mir die Firma Luxi überhaupt nichts gesagt. Aber Highlighter-Pinsel kann ich eigentlich nicht genug haben. Generell-Pinsel. Kann man auch super für Blush oder Kontur verwenden. Oder für Puder. Muss nicht unbedingt Highlighter sein. Dieser Pinsel, der war auch im englischen Glossybox Adventskalender drin. Nummer 6. Ein sehr dunkles Paket. Und hier sind Hydra Plus Ampullen von Barbour drin. Ich habe noch nie etwas von Barbour benutzt, weil Barbour sehr teuer ist. Ich war auch vorher noch nie so der Ampullen-Mensch. Aber jetzt, wo ich es habe, weil die hier sind feuchtigkeitsspendend. Ich habe trockene Haut. Ganz besonders im Wangenbereich. Und da kann ich die mal ausprobieren. Nummer 7 hat dieses schöne Rose Gold Muster, was auch der Kalender von außen hat. Und hier drin befindet sich Simply von Jill Sander eine parfümierte Body Cream. Die habe ich, glaube ich, noch in keinem Unboxing gesehen, was ich gesehen habe. Ich kenne den Duft jetzt auch nicht. Es riecht aber ganz angenehm. Also die Creme ist auf jeden Fall sehr leicht rosa eingefärbt. Aber doch, es riecht warm, süßlich. Nach Vanille auch ein bisschen. Doch, der Duft gefällt mir. Ich mag so ganz schwere Düfte nicht und Düfte, die so holzig und dunkel riechen. Also ich verbinde Parfüm immer mit Farben. Manche machen das anders. Ich verbinde Parfüm mit Farben. Und dadurch kann ich mir Gerüche besser erklären. Und dann habe ich ein Teil, was ich noch in keinem Unboxing gesehen habe. Yay! Also es bleibt spannend, Leute. Guckt euch alle Glossy Box Adventskalender Unboxings an. Da wisst ihr, welche Range es gibt an Produkten. Nummer 8 ist wieder ein rosanes Päckchen. Es ist eingepackt. Nochmal in Papier. Mitchell & Peach. Floral No. 1. Fine Radiance Face Oil. Also ein Gesichtsöl, das man mit 2-3 Tropfen auf die Haut einmassieren soll. Einfach so. Oder bevor man seine Feuchtigkeitspflege verwendet. Päckchen Nummer 9. Und es ist von Rituals eine Handcreme. Indian Rose and Sweet Almond Oil. Hört sich nicht schlecht an. Ich habe von Rituals noch rein gar nichts. Aber Rose und Almond Oil, also Mandelöl, hört sich sehr, sehr gut an. Das sind beides Düfte, die ich sehr, sehr gerne mag. Oh ja. Die riecht auch wieder warm. Ich würde es als rosa bezeichnen. Von der Farbe her. Leicht frisch. Doch. Also die Creme gefällt mir richtig, richtig gut. Ich glaube, ich habe gehört, dass es eine der beliebtesten Reihen sein soll. Also diese rote. Ich habe keine Ahnung, weil ich ja bisher noch nichts von Rituals besitze. Nummer 10 ist ein rosé-goldenes Paket. Und hier drin ist eine kleine Tube Fluid Glory von Lollipops Paris. Ein Fluid Illuminator. Also ich glaube, sowas wie ein flüssiger Highlighter. Seht ihr diese kleinen Würstchen da auf meiner Hand? Das sieht sehr dunkel aus für einen Highlighter. Das sieht für mich fast aus, als hätte ich goldenen Self-Ten drauf. Ich meine, wenn ich nochmal ein goldenes Make-up machen sollte, wie ich schon mal gemacht habe, meine Gold Gadas. Das Video kann ich auch gerne nochmal oben verlinken. Dafür wäre das vielleicht für mich geeignet. Oder ich gebe es unter die Foundation. Keine Ahnung. Also für mich definitiv zu dunkel. Nummer 11 ist sehr, sehr leicht. Ah, weil Nummer 11 die Biodroga-Maske ist. Von Biodroga habe ich noch keine Masken getestet. Aber Masken, gerade Tuchmasken, kann man eigentlich nichts mit verkehrt machen. Nummer 12. Wir haben Halbzeit. Und hier ist ein Kiss-Proof Lip Finish von Bella Pierre. Ein klarer Lipgloss. Nummer 13. Und zwei eingepackte Sachen. Ich glaube, es ist Nagellack von Catrice. Das habe ich auch schon in anderen Unboxings gesehen. Es ist auch Nagellack von Catrice. Einmal ein Polish-Chrome-Effekt. Ein Base und Topcoat dafür. Nun ja, ich trage nicht wirklich viel Nagellack. Eigentlich so gut wie gar nicht. Oder sein, ich habe mal wirklich Lust drauf. Und was ich auch ein bisschen blöd finde. Das ist ein Kalender, der 140 Euro kostet. Und Catrice, eine Drogerie-Marke. Nummer 14. Hey Honey, das ist ein Concealer. Den habe ich auch schon gesehen. Light to Medium Tone. All Skin Tops. Das hier ist allerdings nur eine Probegröße. Der echte, keine Ahnung, kostet irgendwie 20 Euro oder so. Also ist schweineteuer. Und ich glaube, der ist für mich zu dunkel. Der ist definitiv zu dunkel. Nummer 15. Okay, hier drin ist ein Peeling-Schwamm. Ist ganz nett. Der Peeling-Schwamm ist sowas, ja man benutzt es, aber freut man sich das zu benutzen? Also ich fände es cool, wenn da Produkte drin sind, wo man sich freut, die zu benutzen. Zum Beispiel eine gut duftende Creme. Ein Lippenstift, von dem man die Farbe schön findet. Eine Lidschatten-Palette, die man schön findet. Oder sowas. Peeling-Schwamm ist Peeling-Schwamm. Was ist daran jetzt toll, dass man sich darauf freut? Machen wir weiter mit Päckchen Nummer 16. Und hier drin ist von Nutra Skin ein Hyaluron-Wasser. Mit antibakteriellen Silberpartikeln. Ist ganz nett. Ich meine Hyaluronsäure mag ich sowieso sehr gerne. Richtigkeit kann ich auf jeden Fall immer gebrauchen. Ich meine Leute mit öliger Haut, für die könnte das vielleicht weniger was sein. Ich weiß es nicht. Nummer 17. Das ist von der Firma Ico. Ein Fat Eye Pencil. Hat auf jeden Fall ein Satin-Finish, aber Farbe? Ich ziehe das irgendwo. Ein warmes Silber, würde ich es jetzt so bezeichnen. Tja, ist ganz okay, aber ich glaube meine Farbe ist es nicht und ich benutze sowas sehr selten. Nummer 18. Ist sehr groß, aber auch wieder sehr leicht. Hier drin. Ah, ein Cognac-Sponge. Ich habe davon schon gehört. Ich habe mich mit dem Thema überhaupt nicht auseinandergesetzt. Ich weiß, dass er zum Make-up entfernen oder zum Cleansen, also zum Reinigen da ist. Bei der täglichen Reinigung von Mischhaut, fettiger Haut und bei hormonellen Hautproblemen wird das Gleichgewicht wiederhergestellt. Angereichert mit Bambuskohle für eine porentiefe Reinigung. Klärt verstopfte Follikel, beugt Unreinheiten vor. Aber bei der täglichen Reinigung von Mischhaut, fettiger Haut und bei hormonellen Hautproblemen. Ich habe keine hormonellen Hautprobleme. Mischhaut, ja okay, fettige Haut nicht, ja trockene Haut. Ist es denn überhaupt gut, dass ich dieses Ding verwenden würde? Erstmal Internet nachher nachgucken, ob das Ding überhaupt für trockene Haut geeignet ist. Ansonsten muss ich es wohl an irgendwen anders verschenken. Nr. 19 und hier drin ist Unani Casual Smoothing Facial Scrub Oil Free Orange. Ja. Also ein Peeling. Trifft sich gut. Mein Peeling ist so gut wie leer. Nr. 20 von Yves Rocher. Ein Lip Gloss oder ein Liquid Lipstick. Bei Yves Rocher steht immer alles auf Französisch drauf. Es ist auf jeden Fall ein Rotton. Und Leute, Schocker, dieses Ding soll 20 Euro kosten. Aber das bei einer anderen YouTuberin gesehen. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich habe mir sehr viele Glossy Boxer ins Kalender Unboxings angesehen. Offensichtlich. Und 20 Euro Yves Rocher. Meine Mutter hat damals sehr viel von Yves Rocher gekauft. Aber mehr nur so Duschgel und sowas. Hätten die auch ein Liquid Lipstick von Anastasia Beverly Hills reintun können. Den Nars Liquid Lipstick. Den die in Amerika... Ach, in Amerika. Den die in England bekommen haben. In dem Glossy Boxer Vance Kalender. Bei dem Nars Liquid Lipstick hätte ich mich sowas von gefreut. Ich forschiere so eine Marke. Die spricht mich einfach nicht an. Die hätten auch ein Liquid Lipstick von Huda Beauty reinpacken können. Oder von Jeffree Star. Von Jeffree Star. Die Dinger sind sogar noch günstiger als der hier. Ich meine, einer kostet, glaube ich, 16 oder 18 Euro. Kommt auch an, aus welcher Kollektion der von Jeffree Star ist. Aber Jeffree Star Liquid Lipsticks sind günstiger. Und die wären mal tausendmal cooler gewesen. Nummer 21. Ist wieder extra eingepackt. Deswegen denke ich, ein Nagellack. Wow. Von Essie. Sehr knallig rot-pinken Farbe. Die Farbe heißt Beauty Marked. Ist auch eine andere Flasche, als Essie-Lacke sonst haben. So verdreht. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich trage nicht viel Nagellack. Und wow. Ich glaube, die Farbe würde ich niemals tragen. Nummer 22. Hier drin befindet sich eine Mascara von der Marke... Du... 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 Keine Ahnung. Es soll eine Mascara sein, die für Volumen sorgen soll. Nummer 23. Von Nip & Fab Hydrate Dragon's Blood Fix Plumping Serum. Auf die gereinigte Haut von Gesicht und Hals auftragen. Morgens und abends vor der Feuchtigkeitspflege anwenden. Das ist ganz okay. Mir sagt die Marke jetzt absolut rein gar nichts. Die Nummer 24 muss ich jetzt hier am Kalender öffnen, weil ich das nicht abbekomme. Und hier haben wir sie. Die Huda Beauty Soul Stars Winter Highlighter Palette. Wir haben hier einen bläulichen Ton, einen rosa Ton, einen grünen Ton und einen Cremeton, der so gelb-grünlich-rosa-chongierend ist. Also auf jeden Fall Duo Chromatic. Viele haben sich im Internet darüber beschwert, dass man die Highlighter Farben überhaupt nicht verwenden könnte. Ich liebe solche Farben, also für mich ist das definitiv das Highlight des Kalenders. Allein diese Palette kostet, glaube ich, 50 Euro knapp. Wenn man sie so erwerben wollen würde, freue mich darüber mega. Ich meine Huda Beauty, hello! Das ist bei jedem in der 24 drin und das finde ich auch mega, mega cool. Also die 24 ist definitiv das Highlight des Kalenders. Und mein ganzes Fazit zu diesem Kalender ist, ich finde es durchwachsen. Ich hätte wirklich gerne mehr dekorative Kosmetik gehabt. Vielleicht auch noch einen Bronzer da rein. Noch einen Nude-Lippenstift. Also was, was jeder im Alltag auch tragen könnte. Weil rote Lippenstifte okay. Ich hatte jetzt zwei Stück drin. Einmal den von Love und einmal den von Yves Rocher, genau. Zweimal Rot. Man hätte auch wirklich einmal dann ein Nude-Farbing rein tun können. Ich meine, manche haben nicht zweimal die roten Lippenstifte. Die haben da was anderes drin. Und vielleicht hätte man auch noch eine kleine Lidschattenpalette rein tun können. Was ich auch sehr kritisch fand, war der Concealer, den die da reingepackt haben. Weil es gibt so viele unterschiedliche Hauttypen. Und dann klatschen die dann Concealer rein und wissen noch nicht mal, ob das passt. Also Concealer und Foundation haben meiner Meinung nach nichts in einem Advanced Kalender zu suchen. Oder es seien, man kann vorher angeben, ich bin der hellste Hautton, der auf dieser Welt existiert. Ich bin der zweithellste Hautton, der auf dieser Welt existiert. Und ich bin der dunkelste Hautton, der auf dieser Welt existiert. Dann macht Foundation und Concealer Sinn in einem Kalender. Aber auch nur dann, wenn man das vorher angeben kann. Und die das dann sozusagen zusammenstellen. Was ich auch schade fand, es sind sehr viele Marken drin, die man so eigentlich gar nicht kennt. Also sehr viel unbekanntes Zeugs. Und was ich wirklich auch definitiv schade fand. Und zweimal Nagellack muss das sein für einen so teuren Kalender. Nichtsdestotrotz, ich freue mich trotzdem über diesen Kalender. Ich finde die wunderschön. Ich werde ihn auch weiterhin als dieses Kalender-Dings benutzen, was er ist. Also irgendwo hinstellen und Sachen reintun. Das weiß ich jetzt schon. Mit einigen Sachen kann ich vielleicht nichts anfangen. Das verschenke ich dann. Oder vielleicht mache ich ja auch eine zukünftige Verlosung. Und Verlosung ist jetzt das Stichwort. Denn ich habe zum Anfang gesagt, ich verlose in diesem Video etwas. Und das wird diese Palette hier sein. Von Makeup Revolution. Die One Million Palette. Sie ist noch komplett neu eingepackt. Und zu der One Million Palette werde ich noch von Wet n' Wild ein Liquid Lipstick verlosen. In der Farbe Coral Corruption. Und dazu gibt es noch einen Liquid Liner von Catrice. Aus der Rockateur LE. Die Farbe ist These White Stripes. Und dazu gibt es halt noch zwei kleine Überraschungen. Aber das verrate ich jetzt nicht. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr natürlich auch Abonnenten von meinem Kanal sein. Und dem Video einen Daumen nach oben geben. Und natürlich die richtige Anzahl an Emojis in die Kommentare schreiben. Das war es dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr könnt, ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Mich vielleicht auch abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.